Willkommen in der Opel Arena. Liebe Fußballfans, wir begrüßen Sie herzlich zu diesem Spiel. Mainz 05 gegen Borussia Dortmund. Er pfeift an, Durchgang 1 läuft. Ja, da ist er zur Stelle. Ballgewinn. Jadon Sancho. Dortmund verliert den Ball. Ja, das gibt einen Wurf. Aaron Martin. Da kommt der Pass auf Außen. Schorlein. Pierre Kunde Malone. Östunali. Macht der gut. Adam Soloy. Ja, jetzt müssen Sie aufpassen. Das war Pech, das ist abseits. Ganz eng war es, aber ich denke, es ist richtig entschieden. Jadon Sancho. Mit Marco Reus haben Sie einen unglaublich torgefährlichen Mittelfeldspieler in Ihren Reihen. Kein Wunder, der Nationalspieler ist sehr, sehr schnell verfügt über eine tolle Ballbehandlung. Und hat dazu ja noch, das wissen Sie, einen tollen Abschuss. Das dürfte ein wichtiger Faktor in diesem Spiel sein. Ecke kommt's. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Ja, könnte was werden. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Mit viel Auge holen Sie sich da den Ball. Klasse! Achraf Hakimi. Jadon Sancho. Guerrero. Hazard. Sie verlassen sich jetzt auf ihre Abwehr und lassen den Gegner kommen. Sie drängen nach vorne. Guter Aufbau. Da können Sie klären. Den Ball holt er sich. Vollkommen problemlos. Es geht auf die andere Seite. Und Reus. Das ist das erste Tor dieser Partie. Und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja, riesen Jubel bei den Fans, bei den Spielern. Ein wichtiges Tor. Ein klasse Tor. Was für eine Direktabnahme. Und was machst du da als Torwart? Nix, Wolf. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Führung damit für den BVB. Sie verlieren den Ball. Geht mit einem Wurf weiter. Edi Milson Fernandes. Guter Vorstoß. Kann was werden. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Adam Soloi. Gute Aktion. Ein harter Zweikampf, aber alles fair. Hazard. Weigel. Der BVB ist natürlich auf Dauer der beständigste Bayern-Jäger. Auf jeden Fall über die letzten 10, 15 Jahre eigentlich sogar der Einzige, der immer wieder dran ist an den großen Bayern. Man verliert immer wieder Topspieler, schafft es aber auch ebenso immer wieder die zu ersetzen. der Wurf. Jadon Sancho. Brand. Guerreiro. Es gibt einen Einwurf für Borussia Dortmund. Hummels am Ball, klasse Seitenwechsel, schöne Aktion, wird es jetzt gefährlich, sauber vom Ball getrennt hier und jetzt wird es Einwurf geben. Aaron Martin, Eliminso Fernandes, der Ballverlust, Rafael Guerreiro, Marco Reus, Aaron Martin, Schollein, schöner Pass, Ecke in die Mitte, erstmal geklärt. Klasse wie er das macht, holt sich den Ball. Es tun Ali, Boetius, da verlieren sie den Ball. Tolles Zuspiel, den Ball spielt er gut. Akanji, brillant gemacht. Zwei Tore Vorsprung also für den BVB, das sieht doch jetzt schon mal richtig gut aus. Ganz alleine macht er das, schnappt sich den Ball und gibt ihn erst wieder her, als aus Sicht der Abwehr zu spät ist. Herrliches Tor. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Spielstand 2-0, im Moment läuft es natürlich für sie. Reguläre Spielzeit ist oben, aber es geht noch weiter, gibt drei Minuten obendrauf. Musa Niakate, Aaron Martin, energischer Vorstoß, Schollein, da ist er klasse rangekommen. Ja, da war er zur Stille, sehr gut hingehechtet, hat genau den richtigen Zeitpunkt erwischt, um den Ball zu erreichen. So, Ecke kommt. Keine schlechte Chance hier bei diesem Kopfball, aber die Abwehr ist natürlich da. Ja, da wird es eng, sie sind da und dann kannst du den kaum besser machen. Keine Schmerz, das war bei diesem Spiel. Pia Kunde Mahlon. Scheinbar alles im Griff, 2-0 zur Pause. Mal sehen, was sich im zweiten Durchgang noch tut. Er findet bislang irgendwie noch nicht so richtig in diese Partie hinein. Wenn sie hier noch was reißen wollen, dann muss mehr von ihm kommen. Damit läuft die zweite Hälfte. Borussia Dortmund mit dem Anstoß. Weigl. Ashraf Hakimi. Lange Flanke. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Und abgefifft. Abseits. Aha, das war knapp. Und zurecht geht die Fahne da hoch, auch wenn es knapp war. Balleroberung. Ja, da sieht man die Übersicht dieses Spielverständnis. Setzt sich da schön durch. Hazard. Brandt. Guerrero. Guter Vorstoß, kann was werden. Jadon Sancho. Marco Reus. Ein fantastischer Treffer. Aber, klar, das sieht dann am Ende einfach aus. Aber du musst als Tor hier eben auch richtig stehen und einen Riecher dafür haben, wo der Ball hinkommen könnte. Die Wiederholung dieses Tores schauen wir uns gerne nochmal an. Ja, da konnte er ja fast nicht anders als hier zu treffen. Die Hereingabe perfekt. Wunderbar anzusehen. Wirklich. So, da hat die Abwehr schlicht und ergreifend keine Chance. Nee, zuschauen ist angesagt. Klasse vorbereitet der Treffer. Und diese Führung ist doch mehr als deutlich. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Jadon Sancho. Dortmund verliert den Ball. Gleich gibt's ne Auswechslung bei der Heimannschaft. Öztun Ali. Macht er gut. Faison. Gefährlich. Klasse gespielt. Bürkiel. Ball noch im Spiel. Und das ist der Ballverlust. Klassiker Haltenwolf. Fast für eine Glanzparade. Also das war nicht einfach. Jetzt Marco Reus am Ball. Reus. Den hält er super. Aus der Distanz zieht er da ab. Das sieht auch richtig gut aus. Aber der Torwart hat die passende Antwort. Großartige Leistung vom Torwart. Eine gute Leistung heute von ihm. Und jetzt hat er Feierabend. Ecke kommt rein. Das frühe Stören jetzt. Da kann er sich den Ball holen. Jadon Sancho. Ganz starke Aktion von Torhüter. Ecke. 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 Das Tor. Da kommt er rein und macht gleich sein Tor. Alles richtig gemacht mit diesem Wechsel. Hier nochmal der Treffer in der Wiederholung. Die Ecke hat er wirklich klasse reingebracht. Okay. Dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Ein neuer Mann macht sich bereit. Wechsel jetzt bei Mainz 05. Ja und warten wir mal ab, wie das dann im Spiel aussehen wird nach dieser Umstellung. Sie liegen deutlich vorn. Es ist wirklich leise im Stadion. Die Partie hat bei den Fans Spuren hinterlassen. Die scheinen wirklich geschockt zu sein. Aber die Mannschaft heute auch unterirdisch. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. mit der Schritt nach. Ach, schaff Hakimi. Jetzt könnt ihr den Ball reinbringen. Ja, geht Ecke. Ein neuer Mann macht sich bereit. Wechsel jetzt bei Mainz 05. Und da bin ich mal gespannt, wie das dann im Spiel vor allem auch taktisch aussehen wird. jetzt die ecke daraus wird leider nix da können sie klären sie gehen mit der deutlichen führung in die schlussphase buschi wie siehst du die partie moment dort und holt sich voraussichtlich diesen sieg sie müssen es nur noch irgendwie nach hause schraubt wolf das war spielwitz das war torgefahr das war borussia pur sie gefährlich aus könnte etwas werden weil kommt in die mitte ganz wichtig dass sie da zur stelle sind jaden sancho jetzt müssen sie aufpassen wir müssen aufpassen man soll ja nicht zu früh loben aber hier waren sie so überlegen das bringen sie auch noch über die letzten minuten da bin ich sicher da verlieren sie den ball nico schulz neun minuten sind hier noch zu spielen unaufhaltsam jetzt vielleicht die flanke da sind sie immer noch sehr gefährlich achtung jetzt dort und verliert den ball da haben sie jetzt platz klärt den zeiten aus wird natürlich einwurf geben jetzt jeremy jason just pierre kunde mallon reuss dortmund über außen raus jetzt am ball Und der war sowas von knapp. Drei Minuten Nachspielzeit kriegen wir. Piszczek, dann Axel Zagadou. So, rüber, auf die andere Seite. Hazard. Guerrero, das macht er gut, den Ball hält er fest. Und jetzt hat der Unparteiische die Partie abgepfiffen. Tja, das war heute doch eine ziemlich einseitige Angelegenheit. Ja, und vor allem, weil sie bis zum Schluss konzentriert weiter nach vorne gespielt haben. Das muss man ja auch erstmal so umsetzen. Wie siehst du die heutige Leistung von Reus? Super Leistung. Hat sein Tor gemacht, das Team hat den Sieg eingefahren. Da kann man sich schon mal freuen.